Was ist die da? Keine Ahnung im Grunde, der hat mich von der Seite erschossen Jo Leute, willkommen zurück zu Blended Side 2 Mit Markus, Sven, mir und dem Rest Ein Teil von Orif Auf jeden Fall Eine Person? Wer? Wer? Luca und Trotzier Trotzier Disconnect Ops Obala Volle Schaden Ja, wir sind auf Esamir und verteidigen dieses Ding Und ich habe nichts mehr zu essen Da ist los Ich habe Hunger Ja, und ich war keinem neu getumten Sunny durch die Gegend Ja, Leute Jetzt hier das erste Mal in der Aufnahme aller Orif Ja, bring mal rüber Ich weiß nicht mal, wo du bist Da kann man am Sundin zu der Base mit dem Wegpunkt Beziehungsweise zur nächsten Base Leider habe ich jetzt gerade einen Headshot gekriegt Ja, das ist schon blöd, ne? Hast du einen Headshot passiert? Ja, habe ich, weil ich auf die Dinge geguckt habe, die Map wo du bist Habe auch wieder drei Surz gemacht Habe auch wieder drei Surz gemacht Hast du echt Geld dafür ausgegeben? Ja nicht Okay Na gut, jeder wie er will Ich gebe mein Geld für Eve aus Du gibst es aus für das Ja, aber ich gebe mein Geld halt hier einmalig Neun Euro aus Und habe damit alles, was ich in dem Spiel haben will Und nicht wissen, wie viel Geld du schon in irgendwelche Spiele gesteckt hast Ich bin glaube ich um die 40 Momentan 30 35 Ich muss jetzt demnächst wieder eins kaufen Morgen oder übermorgen Ich bin gerade bei 9 Euro Ja, passt doch Ich verdiene auch ein bisschen Aber ich auch Jetzt komplett in Team Tarnung, so wie sich das gehört Ja, als stellvertretender Lieder Ja eben Das muss der halt eigentlich Thorn So sieht das aus Hey man in the gun, look at me Was? Wo? Hier raus Warum schippt denn da nicht? Oh Du kam einfach mit der Bulldog Und schaffst mir keinen Schaden zu machen Ja, ich wollte dich auch nicht treffen Ich bin auf den Tasten gekommen Ja, aber wie hast du es geschafft, dass ich keinen Schaden bekommen habe? Du hast direkt unter mir vom Boden geschossen Ich bin echt auf die Tasten gekommen, voll peinlich Ja, ja Ne, echt jetzt Ich wollte dich nicht töten Wenn ich dich töten wollte, hätte ich dich getötet Dann hätte ich jetzt so keinen Hauen draus gemacht Ich bin aber auf die dumme Tasten gekommen Ach du Scheiße, jetzt töte der mich Auf die Tasten gekommen Auf die Tasten gekommen Ja, ich habe auch direkt mit der Bulldog Auch nicht geschaffen Achso Du hast gesagt, look at me Ich habe deinen Namen gesehen Und hast dich rumgetreten Und bin dir auf die Tast gekommen Vor Schreck Oh, dass du immer tötest den Ja eben, hättest mich ja gleich Oh, jetzt wieder ein Kill Mit meinem Raketenturm Ich brauche nämlich noch Nein Ich brauche nämlich noch 32 Kills in meinem Raketenturm Oh Mann Wie ist das so schlecht in der Aufnahme? Und der nächsten Es ist immer schlechter Oh, jetzt ist er auch tot Ja, tot hat mich gekillt Oh, fuck Ich got a headshot Naja, zwei Kills in dem Raketenturm wieder geschossen So wie sich das gehört Mein Sanderer steht noch So wie sich das gehört Ja und Ja, klar Äh, ja Ja, nö Nö, nö, ja Was? Irgendwas zu motzen Ne, ich brauche die Gauss Gauss? Ja, was Die Gauss Ich brauche die Gauss wieder Ja, ich weiß, was du willst Ich muss Schon wieder tot Schon wieder ein Headshot kassiert Ne, ich wurde überfahren Super Vom Tarnflash Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gib mir eine Deckung Die hat mich erschossen Oh Sniper Gehaust, Alter Scheiße, Wann ist in der OP Gestern wieder Gestern was? Ja, er ist tot Er ist tot Gestern Nacht einfach wieder Wann ist in der OP Was war gestern Nacht? Ja, ich hab gestern Nacht gespielt So, ach Au, au, au Boah, Mann Ich sterb ja Aber halt, du hast in der Lott gewonnen Was passiert? Ja, Wann ist oder Rennen einfach alles Am Ende Was ist denn scheiß? Wie immer Hauer waren Wie immer Alter Wie viel zitiert ihr, die auf einmal auf meinen Slightning getroppt haben Der hat auf meinen Sani, der Einsatzschild und Hermin Rot bekommen Der hat Einsatzschild Der ist dauernd Der einer ist da und der andere lebt noch Aber mit der Waffe ist behindert zu kämpfen, Mann Das war nicht mit ihr Ist so Okay, der Sani ist für ein Arsch, da braucht man nicht spawnen Wahrscheinlich Behinderst Oh, ich hab's wiederbelebt Markus Markus Markus, lass mal einen Herrwisser von Checker holen Neue Placht Exemplar mal hier herauszaubern Ja, da muss ich auch nach Checker kommen Ja, da muss ich auch nach Checker kommen Ja, du hast eh woanders keine Spawnmöglichkeit Ja, bin ja Checker 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 vom Mecker Leichtes Maschinen End... ne, ich nehm die Gauss Ja, der hat mich jetzt erschossen Boah, das ist ein Warno schon wieder, der die Terminals scammt unten Wenn jemand bitte den töten und mich wiederbeleben Wunder Was ist die da? Keine Ahnung, über unten Der hat mich von der Seite erschossen Da Hast du ihn? Ne, Merik Der ist da weggerannt, der wixer Merik Ja, der hat, äh, Ding hingelegt Eine Mine, ich hab's gerade gefunden Merik Der war gerade wieder Wo denn? Irgendwo Da Ja, beliebt mich nicht Wo? Was hast du denn markieren? Der war draußen Und außerdem ist der ein Spion Du kannst nicht markieren, wenn man sich was ist So Tap, ey Ja, jetzt zeigt man das hässliche Ding Ops Ja, nice Sind das Schneeketten, oder? Einfach nur digital, das sieht gut aus Ja, ich find den auch geil Vor allem das vorne musst du dir angucken Grrrr Gerade für Roadkill, meinste? Da bleibst du jetzt halt mal stehen, dass ich einsteigen kann Ja, ich will nur umdrehen, dass wir gleich los können Ja, wegen solchen Leuten da Ah, der ist tot Ja Geteilte Passagierkill Auch geile Auch geile Sache Machen wir eine Schlacht Die Leute wollen was sehen Ja, schau dann im Süßen Raketenwerfer Das Munition hinten drinnen Und dann What's get ready? Ich habe Raketenwerfer ausgerüstet Wozu? Ja Du musst dann damit auch treffen, ne? Das ist schon so mit Natürlich Ich bin der beste Schütze Mit Raketenwerfer Du hast grad einen eigenen überfahren Der war schossen Der war schon tot Ich weiß, wenn ich Leute überfahre, dann krieg ich nämlich Todesanzeigen Die Einrichtung erobert Du kriegst den richtigen Den habe ich überfahren Aber das ist mein Gegner Ja, gut Der hat uns auch noch eine mitgegeben Ja, ein Sniper Schuss Ja, Gott, Sniper Scheiße Mach ich nur gut Wir sind gar keine Gegner Doch, gut, das ist ein Lightning Wo? Dann krieg ich ja nicht von hinten Ja, doch Jetzt hat du Habe ihm eine mitgegeben Aber da schießt mich Oh, er brennt Doch, brennt Der brennt trotzdem Ja, warte, ich mach die Drehung Markus muss es verenden Ja Und wenn es er nicht schafft Dann bist du dran Ja, wenn ich es überlebe Ja, 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 ja Markus, du Oh, fuck Verkackt Ja, beide verkackt Geil, wir sind tot Ja Ich bin der verkackt Was ist denn das für ein Scheiß mit dem Raketenwerfer? Alter, scheiße, scheiße, scheiße Ich habe schon letztlich schon getroffen Aber der stimmt nicht Ja, weil der hier repariert hat Die ganze Zeit, wo er daneben gewandert hat Beide Ja, der hat die ganze Zeit gehört Fuck So, okay, der nächste kommt Das können wir jetzt nicht auf uns sitzen lassen Hier, ohne er Okay, ich habe einen Kill gemacht Das war ja nicht ohne Kill War nicht ganz ohne Kill Ja, trotzdem, ich habe 2,10 Also, bitte Ich habe 58,50 Cheater Also, eine 1,2 AKD fast, ist okay Also, hinten drin ist immer Assi, da bist du immer so schnell tot Und? Bist du vor uns gestorben? Ja, ich bin mit euch vorbereitet Weil ich auf mich aufgefallen habe Nein, weil wir einfach festgehangen sind Ja, dann wärst du auch nicht vorher gestorben Wenn ich nicht auf dich aufgepasst hätte, hätte dich der Leitlin in der Forschung getötet Na, das stimmt auch nicht Da schießt irgendwas, da war ein Spion Ja, den Amdrehen Da hüben Links, rechts oder so Ja, jetzt links, da sitzt er doch Zack, oh Überfahren Es war wieder dasselbe Zack, oh grad drüber geworden Ja Ja, das Sakowak was ist Das Nidromien zu kriegen Vor uns ist ein Sandi Ah, das ist nur unserer Unsere Also, nichts aufschießen? Nein Nein Nein